Machen wir die Scheiße Tür auf. Geht nicht. Natürlich geht Mama die Tür auf, he? Geht nicht. Ich glaube, ein von dir geht nicht. Machen wir die Scheiße Tür auf. Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich muss konzentrieren, weiter lesen. Machen wir die Scheiße Tür auf. Ich habe gerade die Hände in dir. Ich gebe mir gleich die Hände. Weißt du, was ich in deinem Alter alles mit den Händen gemacht habe? Ich muss die Ziegelstadie tragen. Du hast die ganze Zeit nichts zu tun. Machen wir die Scheiße Tür auf. Geht nicht, weil ich draußen stehe. Ach so. Sag das gleich.